War langweilig. Alle sahen gleich aus. Aber die Farbe war anders. Oh, guck mal! Direkt an 1. Runde dein Lieblingsspiel. Ich weiß, dass es mein Lieblingsspiel ist. Wie hoch sitzt du? Ich will mich verkleinern so neben euch. So ein ganz weißer Lulatsch. Der sieht auch normale Bohnen aus. Digga, wie viele sind... Digga. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind mir einfach zu viele Bohnen, ne? Ich habe gerade alles rausgekommen. Danke. Danke. Wie kann man sie auch haben? Ich bin ein Ping-Pong-Ball. Mitbegreift-Taste-RT. Ja, ich war gerade ein Ping-Pong-Ball. Ich bin gefühlt einmal über die halbe Map geflogen. Guck so. Sprich doch an seinen RT drüben. Hättest du dich da fest. Ich war gerade wie so ein Ping-Pong-Ball, ne? Ich bin von der Mittelplattform nach links geflogen und dann bin ich nach rechts, oder so. Na? Ich habe mich dreimal irgendwo aufgebreitet. Nur weil ich von so einer Stange habe geschnitten. Begleitet man auch auf? So, komm. Die Lager schaffe ich jetzt auch. Genauso wie der Typ, der gerade weggeflogen ist. So, ich? Ja, genau. Ich habe es dir nachgemacht. Ein Beispiel. Oh, guck mal. Ich habe... Ich habe gescheatet. Ich habe ein Checkpoint geholt. Ja, ich wurde einfach rüber geschubst, und deswegen habe ich ein Checkpoint bekommen, weil auch ein Rücken geschubst hat. Ich hoffe, ich bin ganz rüber. Ja, du schaffst mal es nicht, weil du bist ja hin. Jetzt wäre gut. Ich fand jetzt auch hier ein bisschen. Stange? Du mach. Danke. Oh, meine Stange, alter. Musst du denn so von hinten kommen? Ich mag das nicht, wenn du von hinten kommst, du dumme Stange. Ich hab mich drauf vorbereitet. Ich hab mich drauf vorbereitet. Jetzt mal kriegst du mich nicht. Die gab ein paar P's dich drauf. Ich will, dass du rausfliegst. Einfach nur für diese Aktion. Nichts ohne. Er fliegt wirklich raus. Oh, die Cola. Guck mal, ich mach zu. Ding, ein Goldsucher. Guck mal. Der Mondo. Der Mondo. Der kapiert nicht funktioniert. Guck. Der Mondo. Das ist der Mondo. Anstatt einer hinten zu gehen. Ja, anstatt über die Platte zu gehen, wenn man schon nicht weiß, wie man sich hochhangelt. Ja, okay. Dafür sind die Plattformen ja da. Ja. Das war ein Mondo. Hey, guck mal, da ist ein Tauberhotop. Die ist schon halb gebraten. Ist er rausgeflogen? Ja, der Mondo ist rausgeflogen. Was gibt aber noch, der Mondo ist? Ach da, ja. Der Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da irgendwo war mit mir am Mondo. Der ist gerade. Logischerweise ist er nicht durchgekommen. Der ist ja hängen geblieben. Ja, aber ich weiß, wer das war. Das hatte ich noch nicht. Mit diesem Glück, das liegt gar nicht ausgemacht. Ich meine, was soll jetzt auch nicht? Hä? Jetzt? Wer sitzt denn so? Ich. Ja, du willst doch nicht so zocken. Ich weiß auch, dass man so zockt. So guckt man sich. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn so irgendwas macht. Kann sein, dass wir das schon noch nicht hatten? Oder was hatten wir? Nein. Ah, zwei Stunden. Das hatten wir noch nicht. Das kann sein. Die Map kenne ich nämlich auch nicht. Na? So, das ist ein Lappetuch. Ja. Mit Blöcken, die man verschieben kann. Guck. Ich kenne die Map selber nicht, also keine Ahnung. Ich mag sie auch. Ich mag sie nicht mehr. Ey, kommt zur Seite. Oh, ne. Oh, ne. Jetzt aber nicht. Och, Digga, nein. Mann, du dumme Sprungplattform, du sollst mich nach vorne bringen und nicht nach hinten. Ich mag dieses Spiel immer noch nicht. Gehst du jetzt mal runter, du dumme Bonn. Digga, ich dachte, die dumme Sprungplattform bringt mich nach vorne mit die anderen, aber die waren Scam. Ne? Mich nur nach hinten geschleudert. Ne? Ja. Gehst du auch ne Scamplattform? Ja. Das war die erste Runde, nehmen wir einmal. Das war Runde 2. Ja? Das stimmt genauso spaßlich. Ja, ich bin Runde 2. Ich geh mal rein. Ich hab' mal an die zweite Runde, ne? Ich hab' mal an die zweite Runde und ich dachte, ich hab' das gut schon gelaufen. Ey, es ist jetzt schon einer gut. Ich bin gleich mal durch. Die Bälle mit bis jetzt auch ein Geschwäldeskrad mit der Troman. haben das ist mit dieser stelle immer wenn ich durchfühlen 4 jetzt mal die schon und und das sind den Weg doch an den Arsch die Gedanke ich habe es nicht richtig erwischt ja meine ist nicht gesprungen ja weil die märz schon kann es kommt ja nie besonders sehen können da ist sie kommen hat nie hat schon einer diesen durchkaufen das weißt du jetzt auch wieder raus ich mag niemand nicht als ich da auch aus ich gucke mit dem kaktus zu holen sind kaktus gibt aber noch ein bild jetzt ein kaktussee ich gucke dem anderen hasen zu was noch ein hause ich gucke mit dem weltcharakter niklas zu ist ich habe hier mal von hause ich will nicht mit ihm noch mal hat er steht aber am anfang da die gucke ich zu der scheiße ich gucke mal mit holland und das ist das ist die zweite die noch einfach recht die einfach kam aus dem noch alle gewackelt jetzt einfach ein bisschen ja zum teil schon zum teil ob du die richtige platte es ist halt zum teil beobachten welche wackelt um es auszuschließen aber es ist auch hier lag wenn du gerade den schluss machst die falsche wissen dann findet der nächste dem ding so bis ganz hinten dann schaffst du es nicht ich habe mir auch gemäht wo marcelana gerannt ist weil es ist immer ein anderer weg was ist ja in einer heutung krone ich weiß nicht was denn ich versuche dann sein dann hat einer eine krone kann ich einfach eine krone und dann ja ich auch nicht ich kann einfach eine der der quests machen dann kann ich auch zum teil eine krone bekommen weil ich bin gleich noch wenn ich mir eine krone ist zusammen ich bin jetzt macht das und ich gucke